Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hunt Showdown. Ich war mit dem lieben Enomenal und dem Crazy in Black am Community Day gestern unterwegs. Wir hatten eine sehr, sehr spannende und aufregende Runde. Ich habe leider diese Runde auch wieder die Avto gehabt, aber die Runde ist wichtig, dass ich die heute hochlade für mich. Warum und weshalb, hört ihr im Outro. Was es noch zu sagen gibt, ich habe heute einen Kommentar durchgelesen von der gestrigen Runde, wo ich auch die Avto gespielt habe und da hat jemand geschrieben, warum ich keinen Rückstoß mit der Avto habe. Ich glaube, das liegt daran, dass ich die ganz gut kontrollieren kann. Ich glaube, es gibt wenige Handspieler, die die Avto so häufig und so gerne spielen wie ich und irgendwann hast du halt den Dreh raus, dass du den Rückstoß ganz gut kontrollieren kannst. Aber ja, also ich kann dir versichern, es ist kein Cheat oder ein Programm, was ich anhabe. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Runde, würde mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen. Ein Like wäre sensationell. Und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf verortet ihr denn? Haut rein, viel Spaß. Guck mal hier. Wie weit seid ihr mit dem Event? Hälfte. Ich bin durch. Ah, okay. Moment mal, sagt mal einer jetzt, ich bin durch. Ich bin durch. Ah, okay. Ich muss euch unterscheiden vom Sound her, ihr klingt ziemlich gleich. Wo wollt ihr hin? Eigentlich immer Portoiker, das sind zwei Hinweise meistens. Ja. Ich denke, dass der weggeht. Aber ja, das machen wir. Ja, der ist auch geholt gewesen. Ja, der hier auch. Logischerweise. Dann sind die bestimmt zu Daryl gelaufen. Noch über die Türen auf. Oh, die sind schon Reynard. Ja. Sollen wir mit Daryl laufenden den Clou mitnehmen? Ja, klar. Lohnsicher meistens. Ja. Wisst ihr was? Ich setze mich mal ganz kurz hier irgendwo hin und hole meine Pizza, ja? Mhm. Ich beeil mich. Selbst das M-M-Kam-Synchron. Ja, stimmt. Ich hole den Clou. Ja, ich setze mich hier hinterm Vorhang. Und flip so, wo ist meine Pizza. Ist so. Bin gleich wieder da. Jo. Oh, cool dann. Ähm. Okay, das ist gut. Ja. Da kommen welche. Und natürlich. Und er ist ziemlich beschissen. Müssen wir ablenken. Ja. Komm hier gleich rüber. Unten im Wasser, ne? Nee, nee, hier. Wir sind direkt hier hinter dem Zaun. Ich kann gar nicht durchgucken, aber ich sehe nichts. Oh. Beim Baum. Auch 535. Oh, sind die schon hier? Ja, ja. Ja, ja. Du sitzt echt beschissen. Die sitzt direkt hinter dir. Oh, Mann, oh, Mann. Ja, der ist unten im Wasser, ne? Ach du Scheiße. Und ich bin auf dem Falschen. Ja, du sitzt falsch. Der schießt auf mich. Der ist von unten, oder was? Nein, von oben. Ich lasch den. Der ist tot. Das heißt, ich habe wieder nur zwei Kisten dabei. Hab einen. Nice, stark. Da war noch ein Schuss. Ja, ja. Der könnte aber ja am Wasser unten. Ich weiß nicht, ob der noch hier oben irgendwo unten ist, oder? Der muss. Hinter uns? Oh, die schießen von Raynard auf uns. Ja. Ich glaube, der unten, der könnte mittlerweile auch hier drin sein. Ich habe nämlich irgendwas gehört. Ich habe eine Tähne. Kannst du versuchen? Ja. Hier ist auch eine. Der liegt direkt rechts von dir. Liegt auch einer. Raynard, das ist das. Hier. Oh. Unter mir. Sag ich ja. Ja. In der Pumpe. Ich habe ihn. Okay. Sehr gut. Stimmt. Ich habe Walscher. Ah, okay. Nice. Ist die Frage, wo liegt er? Ah, hier. Aktuell ist es wieder clear. Jetzt würde ich einmal zum Wegelchen rennen wollen. Ja, Dito. Ich brauche Muni. Ich habe nur zwei Muni-Küsten mit. Oh, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Die Pizza steht einfach neben mir. Ist unfassbar. Wo ist denn der Wagen? Ich glaube, zu dem bei Alice. Ah, ja. Warte, da komme ich mit. Oh, 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 oh. Da komme ich nicht. Die schießen ein bisschen schneller. Ich komme mit zu Alice. Ja. Die schießen auch gut, ne? Das sieht nicht gut aus, ja. Ich glaube, der hat einen Spark-Sniper, der eine. Ich muss reinbeißen. Wie meint es ernst? Guten Appetit. Dankeschön. Sorry, dass ich jetzt was voresse. Oder gar ein halbes Wienchen. Sehr gut. Die kommen Richtung Darrow runtergelaufen. Ja. Ist nur die Frage, wo wollen die hin? Ich frage mich auch, was die vorhaben. Also entweder laufen sie zu Blanchett oder... Aber ist das selbe Team, die auf uns geschossen haben? Oder ist das ein anderes noch? Ne, das ist das. Das ist Bounty oder nicht? Das müsste. Das Bounty ist in Darrow drin. Aber es haben sie eben der erste genommen. Das ist das, was mich wundert. Oder war es die Vorhut, die uns beschossen hat? Ich glaube, das war der, der keine Bounty aufgenommen hat. Was sind ja, waren ja drei Kills jetzt gerade. Ne. Da vorne ist einer durch. Aufs Gelände oder? Ja. Oh, Mama, Hilfe. Der eine ist schon recht groß. Oh Gott, hinter mir ist ein anderes Team. Das waren dann doch nicht die. Wer sitzt da hinten? Einer ist schon vor mir. Wer bist denn du? Ach, drin. Unten. Äh, ja. Ich komme. Sage mal. Einen habe ich. Müsste noch einer tot sein? Ne, da läuft noch einer. Ja, es waren drei Leute gerade unten. Er hat sich eine Kiste gesetzt. Hab ihn. Schön. Noch einer da und da hinten kommt ein neues Team. Ja, ich setze mir mal mit ihm an die Kiste. Hab Hit. Warte. Ist das was größeres? Ja. Ah, schade. Ah, schade. Er ist da hinten im Haus. Oh, warte mal, hier liegt eine Berthier, da kann man mit dem Muni rausziehen. Ja, aber das Feueroni. Ich gehe mal hier hoch. Aber da warte mal, wir sollten schon aufpassen, dass die nicht behoben werden, ne? Ja, der rennt hier oben auf jeden Fall fleißig rum, ist jetzt auf dem Dach, total. Wird beschossen. Hat einen erschossen. Hat einen erschossen. Ich habe ein Schnacheldraht dabei. Ich auch. Wollt ihr looten erstmal? Ähm, ich muss nicht sein, ne. Wegen Sicht und so. Ich hab keine. Hab das andere Bounty. Das war er. Stark. Passt nur auf, dass der, das neue Team. Ja. Wo ist das genau? Einer auf 240. Nur einer? Ja. Das ist ein Sniper-Spieler. Ja. Hier ist ne Uppercut. Hier oben liegt ne Kraken, aber ohne Moni, würde ich nennen. Oh ja, Moni. Äh, ne Sparks-Piste liegt hier. Zwölf Schuss noch drin. Äh. Der hat ne, äh, Maxi Henry. Ah, okay. Wir sind zwei. Sind doch zwei draußen. Ja, scheiße, ich komme da gerade nicht ran. Wo waren noch mal draußen, Lark? Wo, wo waren die, die, ähm, die Krak? Ja, die liegt oben, wo ich gestorben bin. Ah, okay, scheiße. Aber da ist keine Munizierung mehr drin. Hier ist auch noch mal Moni. Ich hätte Nekro, aber es liegst du gut? Nee. Ja, die sehen das Bounty halt auch, ne. Naja, warte mal, ich mach mal hier. Ich versuch's einmal, oder? Ja, mach ruhig. Ja, jetzt sterben kann ich eh nicht. Hab ich nur die Sicht verbraucht, leider. Scheiße, ich glaub, ich hätte auch Nekro gehabt. Nate? Oh, ja. Geil. Ähm. Oh nein. Oh nein. Das sind zwei Leute. Ein auf 300 und ein auf 255, ungefähr beim Zaun. Hier ist noch Muni. Spiele fliegt mein lieber. Dankeschön für 1049 Bits. Und Julius, dankeschön für dein Follow. Eure, ja, ne? Ja. Äh, drei Leute. Einer ist jetzt noch auf 145. Ja, aber sehr weit weg. Ja. Ja. Ah, lass mal unten die Leute lupen für Sekunden. Und lief gut. Mit dem E. Hier leuchtet das Boot. Ja. Ähm, das ist ein Beetle. Ich höre ein Beetle fliegen irgendwo. Oder auch nicht, jetzt ist er weg. Ich höre Schritte hier draußen. Auf Matsch. Jetzt läuft er weg wieder. Hätte ich Angst gekriegt. Ja, das ist der Beetle hier drin. Ja, der wird gesteuert von dem Typen auf 30. Hab ihn. Auf den Berg. Mhm. Auf dem Dach. Trüben auf dem Dachbarhaus. Mhm. Ich seh ihn nicht. Nee, aber er klappert da eben rum. Mhm. Hey. Könnte ich wissen ganz genau, wo ich sitze. Ja, der eine ist irgendwie komisch. Der hat mich auch eben zweimal versucht, durch die Wand zu holen. Der hat den siebten Sinn. Problem ist, ich würde ja rumlaufen, aber ich habe ein bisschen, also die sind mal ein bisschen suspekt, muss ich sagen. Mhm. Weil die sind doch so verteilt auch, ne? Das ist ein bisschen nervig. Ja. Oh, da kommt was. Ich bin auf dem Dach. Ja, zu spät. Sehr gut. Oh, du hast einen. Das ist der, der auf dem Dach liegt. Könnt ihr nochmal gucken, wo die anderen zwei sind? Äh, die sind immer noch im Zaun. Welche Richtung? Äh, 255. Okay, gut. Einer hat böse Hit. Ich seh ihn nicht. Der ist hier irgendwo close. Der oben brennt. Wo ist denn der hin, sag mal. Enten weggelaufen, wa? Wahrscheinlich. Will ich ein Trade? Immer. Bin voll. Sehe ich nichts für Jan. Uah. Ich habe es angefasst. Also aktuell ist es wieder, äh, clear, ne? Ja, aber da ist es... Außerhalb 75 Meter. Ist noch einer von uns gestorben, außer ich? Nein, ne? Ne. Achso, soll ich dich heilen? Ne, kann ich gar nicht. Kann das sein, dass der eine gestorben ist hier neben? Ich geh jetzt mal todesmutig gucken. Pass auf den Sniper auf, ne? Der liegt da, ich hab ihn gehabt. Ist nur noch der eine. Der Sniper drüber wahrscheinlich, von da drüben. Hey, er hat mich gekillt. Habt ihr geschossen? Ja, ich hab geschossen. Soll ich mal es machen, D? Ich hab gedacht, ich sehe was, aber... Aber dann fehlt ja noch das Reptile, ne? Ja. Ich loote den mal und guck für ne Sekunde. Er hat auch ne... Äh, Martini. Ich würd mir gerne mal die Muni rausziehen. Ich loote auch mal. Ich sehe nichts mehr. Mach mal. So. Dann lass uns den noch anfackeln, oder? Jo. Jo. Hier, ich hab ne Lampe. Spiegelfreak, du Verrückter. Du bist nicht gezwungen, immer Geschenkabos rauszuhauen. Vielen, 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 vielen Dank, mein Lieber. Sensationell. Dankeschön. Jan, hier ist noch ein Trade. Von dem Dicken. Ja. Was denn? Raus dir an. Das ist nicht Beastface, oder? Nein. Ich fang an zu heulen, wenn es Beastface ist. Ich sehe ihn nicht. Hier. Das gibt's doch nicht. Zwei Fall. Wie viel Pech wollen Sie haben? Doppelt. Also, wenn ihr was sagt, komme ich geheimnis. Gehen wir raus, oder? Ja. Skapa, oder? Ja. Du hast das verbotene Wort gesagt. Ja, ich hab's doch zweimal angefasst sogar. Du wolltest am Ausgang was mit Aftomaten. Oh, gut, dass du das sagst, Alex. Das ist gut. Dankeschön. Ich hab ein bisschen Bammel, dass der hier im Ausgang hockt. Nee, da komm ich dann schon raus. Meinst du? Warte mal, schafft er das? Ja. So, ich denke ja, dass das ein YouTube-Video wird. Deswegen, ähm, schieße ich jetzt eine Aftosalve in die Luft für den lieben Bumblebee. Denn sein Papa ist gestorben und er hat sich das so sehr gewünscht. Nochmal mein Beileid, mein Lieber. Es tut mir sehr, sehr leid. Sogar mit Pizza holen. Ja. Und dann kommen die da um die Ecke gerannt. Alles dabei. Oh, ich hab's nicht mehr. Also, selbst wie ich gekommen bin und ihr da rumgerannt, sag ich, hey, warum rennen die denn da rum? Ach, wer war denn das jetzt das letzte Team? Das war nur ein Duo. Hä? Aber ich hab doch mal drei Leute gesehen. Weißt du was? Ich glaube, die hatten mehr als einen Käfer dabei. Hm. Ja, auch hier nochmal mein Beileid. Sein Papa hieß Peter und, ähm, ja, so ist es immer sehr, sehr schlimm. Ganz viel Kraft dir und ich hoffe, ich konnte dir damit so einen kleinen Gefallen tun. Ähm, ich weiß, wie schlimm sowas ist. So. Kommen wir zur Runde. Das war schon wieder eine Pizza-Runde. Also, mit Pizza hab ich's irgendwie. Komme ich zurück mit Pizza, stehen Leute vor oder neben mir? Das war ja bei der letzten Runde, die ihr gesehen habt. Falls ihr's nicht gesehen habt, müsst ihr euch unbedingt angucken. Die Pizza hieß die Runde. Ähm, ich könnte die Pizza 2 jetzt nennen, aber werde ich nicht machen. Ähm, und dann standen halt da schon Gegner. Das Lustige ist, das letzte Team, das war halt nur ein Duo, ja, ähm, die haben halt wahrscheinlich viele Käfer weggeschickt, deswegen haben die Jungs gedacht, ähm, dass das drei Mann sind. Und ich ja auch die ganze Zeit. Und dass ich den einen da geholt hab, hinterm Zaun, ich hab den, also ich hab's vier oder fünfmal mir angeguckt, Daniel hat mir auch gerade zugeguckt beim Schneiden. Ich hab nix gehört. Ich hab einfach keinen Sterbesound gehört. So. Ich verkürze das Ganze jetzt mal, weil wir haben's schon echt spät. Eigentlich wollte ich für heute gar kein Video machen, weil ich gestern, ähm, bis um, bis in die Puppen gestreamt hab. Und, ähm, ich war so kaputt. Und jetzt hab ich mir gedacht, komm, jetzt musst du noch ein Video schneiden. Und, ja. Ähm, mir war das auch wichtig, dass das Video heute kommt, dass der Bumblebee, ähm, vielleicht dadurch ein bisschen glücklich wird. Und, ähm, ja. Schwieriges Thema. Sehr, sehr schwieriges Thema. So. Ähm, heute Mittag ab 14 Uhr wieder live. Ihr kennt das Prozedere. Diesmal ist der Daniel und die Sonja dabei, soweit ich weiß. Ähm, ja. So wird's kommen. Ich bin durch. Ich bin sowas von durch. Habt einen ganz, ganz, ganz tollen Tag. Ähm, wir sehen uns ab 14 Uhr auf Twitch oder morgen früh 9.30 Uhr auf YouTube. Tschüss. Das war's. ich bin sowas von dem. Das war's.